Renault hat ganz offensichtlich einen Lauf. Nach dem wunderschönen R5, den sie gerade vorgestellt haben, steht jetzt hier der Scenic E-Tec Electric. Mit 60 und 87 Kilowattstunden und richtig viel Platz ist es das ideale Familienauto. Und wir machen uns jetzt mit dem Auto auf die Tour rund um Malaga und Mabea und testen das Fahrzeug für euch. Damit willkommen bei Electric Drive. Damit auch liebe Grüße aus dem Backoffice. Was für eine Vielfalt aktuell auf unserem Kanal. Jan, Eckart, Wolfgang, Frank und mich habt ihr auch schon wieder vor der Kamera gesehen. So kann es doch weitergehen. Frank durfte den Scenic fahren und da spielt Vielfalt auch eine Rolle. Mit zwei Batteriegrößen und zwei Leistungsstufen tritt Renault mit dem Scenic an, um die Herzen von Elektromobilisten mit einer gesunden Mischung aus Vernunft und Verführung zu erobern. Die Plattform kennt man vom Konzernbruder Nissan. Dort haben die Japaner den Aria aufgesetzt. Mit ähnlichen Eckdaten tritt Renault nun mit dem Scenic an, doch der Scenic hat nicht nur seinen ganz eigenen Look, sondern auch seinen ganz speziellen Charme. Von Badge Engineering keine Spur. Zwei Motoren und zwei Batteriegrößen stehen zur Auswahl. Die kleinere Batterie fasst 60 kWh und wird in Verbindung mit dem 125 kW, also 170 PS starken Motor, angeboten. Die größere Variante kombiniert satte 87 kWh mit 160 kW, also 218 PS. Aus den Leistungen ergeben sich aufgerundet die Typenbezeichnungen 170 bzw. 220. Das große Paket soll in Scenic zu bis zu 625 km Reichweite beflügeln. Wir sind gespannt. Die Teststrecke führt uns und in Scenic mit 87 kWh über rund 130 km durch die im März wunderschöne Berglandschaft, die sich vom Malaga aus erschließt. Das bedeutet zugleich ordentlich Leistungsaufnahme beim Bergauffahren und hoffentlich gute Rekuperation bergab. Bis wir dazu ein Fazit ziehen können, folgen wir erst einmal der Autobahn und dann wundervoll kurvigen Landstraßen. Die Lenkung ist leichtgängig und direkt, selbst in engen Biegungen muss man selten umgreifen. Das Fahrwerk ist verbindlich genug, um auch mit forcierter Gangart der Straßenführung zu folgen. Andererseits entspannt genug abgestimmt, um die Passagiere komfortabel zu transportieren. Mit einem Taster am Lenkrad kann man zwischen den Fahrmodi wechseln. Neben Eco, Komfort und Sport gibt es eine individuell abstimmbare Variante. Uns hat Komfort am besten gefallen. Die Sportabstimmung bietet kaum spürbare Vorteile und im Eco-Modus fühlt man sich leicht gegängelt. Die Fahrgeräusche sind bis hinauf auf Autobahntempo ausgesprochen leise. Meist vernimmt man mehr die Auswirkungen unterschiedlichen Asphalts, als dass man Windgeräusche wahrnehmen würde. Für die Routenführung ist das verbaute Android-Automotive-System von Google verantwortlich, das seinen Job sehr gut, wenn auch mit einer etwas nötigen Stimme verrichtet. Die Echtzeitdaten für Staus sind exzellent und die Navigation per Spracheingabe funktioniert hervorragend. Was uns fehlt, sind ein paar Infos zum weiteren Streckenverlauf, wie beispielsweise Distanzen zu Ladestationen oder auch Raststätten. Wer mag, kann natürlich auch entsprechende Apps via Android Auto und Apple CarPlay nutzen und das auch kabellos. Das Mobiltelefon ist in wenigen Augenblicken eingerichtet und sofort lassen sich alle entsprechenden Dienste nutzen, inklusive der diverser Streaming-Plattform, derer Musik dank des Soundsystems von Harman Kardon ausgezeichnet zur Geltung kommt. Der Renault Scenic E-Tech ist 4,47 Meter lang ohne Außenspiegel, 1,86 Meter breit und 1,57 Meter hoch. Das Kofferraumvolumen variiert zwischen 547 und 1.670 Liter. Die maximale Anhängelast wird mit 1,1 Tonnen angegeben, die Stütz- und maximale dynamische Dachlast mit jeweils 80 Kilogramm und die maximale Zuladung mit 514 Kilogramm. Binnen 7,9 Sekunden geht es auf Tempo 100 kmh und die Höchstgeschwindigkeit wird bei 170 kmh begrenzt. Der WLTP-Verbrauch wird mit 16,3 bis 16,8 Kilowattstunden auf 100 Kilometer angegeben. Doch Frank wäre nicht unser Captain Slow, wenn er das nicht unterbieten könnte. Am Ende unserer Tour stehen trotz des ganzen auf und ab beeindruckende 15,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer auf dem Bordcomputer. Nicht viel für ein Auto dieser Größe. Das genügt uns aber nicht und wir bewegen den Scenic ein weiteres Mal. Dieses Mal geht es an der Küste entlang im Komodentempo bis Mabea und zurück. Auf der tempolimitierten Straße gleiten wir mit etwa 80 Sachen dahin und schwimmen so ganz entspannt mit dem Verkehr. Hektische Beschleunigung braucht es hier nicht und auch die wenigen Höhenmeter schlagen kaum zu Buche. Am Ende unserer Probefahrt, also genau in der Hotelvorfahrt, vermeldet der Bordcomputer dann sagenhafte 13,3 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das ergebe rein rechnerisch eine Reichweite von über 650 Kilometer. So geht Elektromobilität. Renault setzt auf ein 400 Volt System. Die große Batterie verfügt über 192 Zellen in 12 Modulen und bringt ein Eigengewicht von 515 Kilogramm mit sich. Angetrieben wird beim Renault Scenic E-Tech Electric 220 Long Range die Vorderachse. Die Lithium-Ionen-Batterie ist flüssigkeitsgekühlt. Der 160 kW starke Antrieb verfügt über einen Drehmoment von 300 Newtonmeter. Der fremderregte Synchron-Elektromotor sitzt zusammen mit Inverter und Co. unter der vorderen Haube. Unter der Karosserie befindet sich ansonsten bewährte Technik. McPherson-Federbeine an der Vorderachse, Mehrlenker-Hinterachse und die geschwindigkeitsabhängige Servolenkung sorgt zusammen mit einem Wendekreis von knapp 11 Metern für leichtes Spiel auch in der Stadt. Die Bodenfreiheit wird mit 145 Millimeter angegeben, der Radstand misst 2,78 Meter und der Ladeanschluss befindet sich vorne rechts auf der Beifahrerseite. Laden konnten wir im Rahmen der Fahrvorstellung nicht, aber Renault gibt einen Spitzenwert für DC-Laden mit 150 Kilowatt an. Bei der kleinsten Batterie sind es 130 Kilowatt, was in einer Ladezeit von unter 40 Minuten münden soll. Ein AC kann der Franzose mit 22 Kilowatt Strom fassen, was ihn zum, im positivsten Sinne, Schluckspecht an der Wallbox macht. Mit dem Cinec hat Renault ein absolut vielversprechendes Fahrzeug, das Familienväter wie Langstreckenreisende gleichermaßen glücklich machen dürfte. Viele Details, wie beispielsweise die Mittelarmlehne mit den genialen Halterungen für Smartphones und Tablets zeigt, dass man sich hier viele Gedanken um die Nutzbarkeit gemacht hat. Preislich beginnt der Einstieg bei 41.400 Euro mit dem kleinen Motor und der 60 Kilowattstunden Batterie. Unser Testwagen mit dem Paket Esprit Alpine und großer Motor-Batterie-Kombi steht mit 50.700 Euro in der Preisliste. Wir prognostizieren dem Franzosen viele Kunden und damit geht es nun zurück zu Frank zur Verabschiedung. Das war unser Erstkontakt mit dem Cinec E-Tec Electric. Ganz viel Licht, ganz wenig Schatten, ein echt großes Auto, ein familientaugliches Auto mit hoher Reichweite, 625 Kilometer laut WLTP. Und die könnte man wahrscheinlich sogar hinkriegen, denn wir haben hier Verbräuche von teilweise 13,3 Kilowattstunden gefahren. Insofern ein echter Treffer. Deswegen lasst uns jetzt eure Meinung da, lasst uns eure Likes da. Ihr kennt es, der Algorithmus braucht das, wir brauchen das fürs Herz. Und bis zum nächsten Video. Und bis zum nächsten Video.